Money Boy TV YOLO Alle Swaggy Guys und alle YOLO Bitches Er ist der Ball Ich muss sagen Eagle Gang Dieser Dude ist so fly Dass dieser alte Mann Dieser alte Colonel aus Kentucky Mich panieren und frittieren In seiner Druckfritteuse Und mich verkaufen will Weil er glaubt Ich bin auch einer von diesen Birds Ich bin ein Boy Bird Der höher fliegt Als diese Chickens hier Und deswegen auch nicht so leicht zu erwischen ist Und Oh was geht Da war ein Omi von mir gerade Mit Brinden Rush vorbei Warte noch kurz Will ich das Video haben Und dann machen wir den Deal Du weißt auch noch nicht Okay Geht auf Youtube Abonniert meinen Money Boy TV Shit Und An Steven Spielberg Der mich hier filmt Yo Steven filmst du bitte mal an dieser Wand Diesen Bird Weil dieser Bird ist Super duper wavy Und er ruft Rest Room Und er meint damit nicht Meint damit nicht Meint damit nicht Rest Room Im Sinne vom WC Er meint Er war mal Fame Und er hat jetzt noch Einen Rest Room Also nicht annäher zu viel wie ich Der Money Boy hat viel mehr Fame Es ist ein Bird Aber wir sind ähnlich Fly Ich grüße alle Mädels ganz besonders wie es geht Folglich auf Twitter Der Real Money Boy Das in ihrem Grind Das in ihrem Hustle Und Ach Da war ja natürlich noch was Most Wanted Mein neues Mixtape Grafisch Exklusiv Of YouTube Holt euch das Sorry Most Wanted Exklusiv Of YouTube In voller Länge Eher Spack Eher Spack Eher Spack Eher Spack